Ich habe einen neuen Account erstellt und probiere ihn zum Grand Champ zu machen. Ob ich in dieser Folge tatsächlich vorangekommen bin oder ob die Pickel auf meiner Stirn mir auch noch die letzten Gehirnzellen gelockt haben, erfahrt ihr in einer neuen Folge meiner Road to Glory in Rocket League. Äh ja, falls euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal. Und dann würde ich sagen, wir schnacken nicht mehr lang drum rum. Viel Spaß mit dem Video. Ich würde sagen, wir gehen rein in die erste Runde und schauen mal... Was wird? Ist übrigens auch meine erste Runde Rocket League dieses Wochenende, also perfektes, äh, Timing wieder. Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder bin ich das? Oh. Jetzt, ich muss auch ein bisschen, ein bisschen hoffen, dass jetzt Sonntagabends nicht die ganzen Sweats online sind. Ist auch wieder perfektes Timing für eine Road to Glory an sich von mir, ne? Oh nein, ach man! Ah, ich habe ein halbes Auge in der... Fuck, ich habe ein halbes Auge im fucking Chat gehabt. Scheiße. Nein. Das geht schon wieder so hier los, Chat. Das geht schon wieder so hier los. Ui! Lass nicht drüber reden. Digga, 3-0 nach anderthalb Minuten. Du kannst es dir nicht... Irgendwas stimmt doch mit meinem Controller nicht. Komm, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Erste Runde lief wieder perfekt. Lass uns nicht drüber reden. Das könnte wirklich der absolute Trümmerbruch hier heute werden. Ich habe eigentlich... Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl eben vor der Aufnahme. Aber ja, vielleicht hätte ich auch erst mal zwei, drei Einspielrunden machen sollen. Man kennt ihn. So. Don't look on my screen. Ja, klasse. Ist ja nur ein Rank-Match. Scheiß drauf. Ich verze... Kann man ja mal verzeihen. Ich habe ein halbes Auge im fucking Chat gehabt. Scheiße. Oh, scheiße. Was mache ich? Oh! Wirklich. Also zwei Runden. Und es geht schon so los. Also bei... Blunderstück. Dritte Runde. HP Baxter. Trete jetzt... Bitte, bitte. Komm in mich hinein. Vereine dich mit mir. Liebe... Liebe... Lieber HP Baxter. Und lasst uns ein Team sein. Always Hardcore. Scheiße. Jetzt nehme ich aber mal... Oh! Ich werde es jetzt predikten, Chat. Wir werden das Spiel gewinnen. Aber knapp. Sage ich jetzt schon. Kann eigentlich nichts schief gehen, wenn ich das predikte. Ich habe keinen Boost mehr. Oh! Ja! Oh mein Gott. Kustig. Guter Schuss. Ich habe da gerade alles andere gemacht, als ein Tor zu schießen. Wirklich. Ich habe da gerade alles andere gemacht, als ein Tor zu schießen. Jetzt mal ein Hinterschmirgeln. Ah. Oh! Unhaltbar. HP Baxter. Ist da, Chat? Bisher läuft es gut. Ist das der Sieg? Erster Sieg in der dritten Runde, Chat. Das ist hier die Frage. Raus das Ding jetzt. Raus das Ding. Richtig ein Hinterschirrsch. Ach, schade. Trau mich nicht. Jetzt trau ich mich. Nichts ist. So ist es. Das OpenNet. Oh mein Gott. Oh! Oh! Reingezittert. Nein! Oh! Oh! Okay. 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 Okay! Oh Mann. Er ist einfach fucking feifet. Und ist absolut... Ich... Ich weiß auch nicht, was ich rede. Ich habe nie daran gezweifelt. Lass nicht drüber reden. Wäre jetzt echt cool, wenn du den Ball triffst. Oh mein... Nein. No way. Oh mein Gott. Wuh! Nein, 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 nein! Bye. Have a great time. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken. Direkt rein in die nächste Runde. Das ist jetzt die dritte Runde. Und der... Also der dritte Lose in Folge. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Vielleicht... Also Chat, vielleicht ist es heute soweit. Und ich muss mir wirklich eingestehen, dass wir Hardstuck sind. Dass wir Hardstuck Champion 1 sind. Ey, ich habe schon keinen Bock mehr. Wirklich. Ich... Digga. Oh! Ja! Big Bomb! HP! Backstar! Let's go! Digga. Ich bin irgendwie überall einen Schritt zu spät. Oder auch einfach... Vielleicht ist es auch die Tagesform, Chat. Jetzt Konter. Völlig frei. Völlig frei. Tiddles. Golasso. Golasso. Meine Güte, war das knapp. Raus. Hauptsache raus. Ich weiß nicht, was ich da mache. Das war so unnötig. Das war so unnötig. Alter. Alter. Das war so unnötig, was ich gerade gemacht habe. Keine Ahnung. Irgendwie die Konzentration einfach nicht da. 1,40 noch. Alter. Alle Zeit der Welt eigentlich. Aber irgendwie... Ich habe heute den Vibe nicht. Wie kann man so viel Pech haben gerade? Weiter. 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 Chat, wir brauchen irgendwie... Ich muss irgendwie was machen. Weiß ich nicht. Wir machen kurze Dehnübungen. Einmal hier. Oh yeah. Yeah. Ich habe die Doppelten gemacht jetzt. Jetzt muss es lang. Jetzt muss es lang. Oh. Oh, ich habe mir heute... Oh, okay. Komm. Let's go. Wir gehen wieder rein. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Lass einfach nicht drüber... Warum schieße ich denn nicht einfach? Warum will ich da irgendein... Hokus pokus machen? Warum schieße ich nicht einfach aufs Tor? Das war übrigens eine richtig beschissene Idee mit den Liegestützen. Ich schwitze jetzt wie ein Schwein. Rein. Rein. Nein. Ja. Es ist... Es geschehen noch Wunder. Es ist ein Tor gefallen. Ich werde wahnsinnig. Nein. 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 Ja. Jetzt einmal zusammenreißen, bitte. Wir irgendwie... Es ist ja... Es geht ja schon in dieser Folge schon nicht mehr mehr darum, jetzt noch hochzukommen, sondern einfach nur die gleiche MMR wie vorher zu erreichen. Man muss auch mal Glück haben. Man muss auch mal Glück haben. Guter Schuss. Einfach mal einen guten Schuss in den Chat. Oder ich hätte erstmal eine halbe Stunde mich warm spielen sollen oder irgendwas. Anstatt direkt reinzugehen. Das ist doch wieder völlig falscher Ehrgeiz hier. Er fährt nicht. Niemand fährt. Warum fährt niemand? Ich habe keinen BOOST. Mann ey. Ich will auch einfach nicht mehr. Ich will auch einfach nicht mehr. Wirklich. Ja. Oh mein Gott. Einfach mal einen einschweißen. Es geht doch. Oh. Einfach mal einen einschweißen. Ey. Komm mal jetzt. Bitte. Ja. Ja. Da ist der erste Sieg im fünften Game. Da ist der erste Sieg im fünften Game. Das war für die 14% die Belieft haben. Da ist es. Shit. Es ist passiert. Da ist es. Der Downrank. Der Downrank. Ich wusste es. Ich habe es geahnt. Ich habe es geahnt. Da ist sie. Die Diamant 3 Liga 4. Alles was zählt ist hier jetzt noch wieder ins Champion Niveau. Es ist wirklich so schlecht. Jana. Lass es einfach. Lass es einfach. Da bin ich da. Jetzt. Ja. Das ist eine Bogenlampe. Der ist gut. Oh. Schade. Schade. Ich habe es aber gesehen. Oh. Let's go 1-0. So. Jetzt bin ich aber da. In die kurze Ecke bin ich da. Ja. Die hat eine ganz kurze Zündschnur. Gut. Ist in Ordnung. Jetzt. Ja. Der Zwischendipper. Nee. Oh. Er hat mich hops genommen, indem er sich selbst hops genommen hat. Das war nie im Leben so gewollt. Das war nie im Leben so gewollt. Oh Mann ey. Okay. Ja. Fahr auch einfach nicht mehr drauf. Am besten sicherst du hinten noch ein bisschen ab bei 3-1 bei 2 Sekunden. Weil wir können ja uns noch einfangen. Es ist so schlecht. Wirklich. Also es ist so lost. Es ist so verloren. Es ist so verloren. Ich habe also wirklich 400 Puls gerade. Alter. Immerhin noch mit. Ich bin immerhin noch Champion. Mein Gott. Ist das schlecht. Ist das schlecht. Es wird wirklich Zeit für den Urlaub. Es ist so traurig. Bitte. Also wir hatten. Kann sich noch irgendwer erinnern, wie viel MMR ich vor diesen Runden hatte? Kann sich da irgendwer dran erinnern? Wie viel MMR ich am Anfang dieser Aufnahme hatte? Ich glaube so 1080 oder so. Wir gehen wieder rein. Es muss noch irgendwas bei rumkommen. Wir haben jetzt. Ich glaube ich habe diese ganze Session erst drei Runden gewonnen oder was? Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, das ist, also heute wird es wirklich zu einer kompletten Psychose hier. Es ist schon echt ein Krampf. Doch keine schlimmen Runden, weil ich da bin. Weil ich da bin, Chat. Keine schlimmen Runden. Das war Fake. Ich habe, ich habe das Spiel gefakt. Mit dem Mindset habe ich sie gefakt. Wichtig. No way. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Mein Gott, ist es schlecht. Ich darf nicht so laut schreien, weil sonst kommt mein Vater hoch. Oh mein Gott, macht mich das alles wütend hier. Oh mein Gott, macht mich, also die, heute ist es wirklich, es ist eine ganz große Psychose hier gerade geworden. Wirklich, es ist eine ganz große Psychose. Ich glaube, ich muss es einsehen, Chat. Ich glaube, es wird heute nichts mehr. Ich glaube, dass es heute wirklich, also, also, ich glaube, ich lasse es, ich belasse es einfach dabei, Chat. Es ist, es ist eine ganz große Psychose heute, wirklich. Es ist eine ganz große Psychose. Wir müssen uns für die nächste Folge, ich muss mir was ausdenken. Nächste Folge, wir müssen trainieren. Jetzt, wir machen es. Chat, das ist der, das ist wirklich, also no joke, das ist wirklich der Tiefpunkt dieser Road to Glory. Wir haben, glaube ich, zehn Runden gespielt. Wir müssen trainieren. Wir müssen, wir müssen irgendwie, wir müssen uns, wir holen uns einen Coach. Ich glaube, wir holen uns einfach einen Coach. Nächste Folge machen wir eine Coach-Folge. Bis dahin, wenn euch die ganze Serie gefällt, checkt gerne die anderen Folgen aus, sind irgendwo hier verlinkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Kuss, kuss. Tschüss. 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 Phew. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.